Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur heutigen Autorenstunde. Mein Name ist Martina Amato und gerne stelle ich euch mein zweites Buch, Einfach mit Herz, ein kleiner Herz, weiser vor. Wie ist das Buch überhaupt entstanden? Auch dieses Buch ist aufgrund unserer Tochter entstanden. Und zwar hat sie während der Zeit, als sie die Schule verweigert hat, Ängste entwickelt. In der Regel werden Kinder ja mit solchen Ängsten abgeklärt. Irgendwann bekommt man eine Diagnose, Angststörung oder Panikattacke oder wie auch immer. Wir haben sie einfach begleitet über diese Zeit und nach einem Jahr waren diese Ängste auf einmal wieder verschwunden. Genauso wie sie gekommen sind, sind sie wieder gegangen und ich konnte irgendwie nicht verstehen, wie das passiert ist. Und habe sie dann mal gefragt, ja, sag mir eigentlich, also ich verstehe es einfach nicht. Und wie ist das mit diesen Ängsten? Und sie meinte nur, schau Mama, das ist vorbei. Darüber möchte ich eigentlich nicht mehr sprechen. Ich sage dir jetzt nur etwas. Und dann hat sie mir diesen Satz gesagt, Mama, Angst ist nur im Kopf. Und dieser Satz hat bei mir so viel ausgelöst. Ich habe dann daraus geschlossen, dass wenn wir statt im Kopf im Herzen sind, keine Angst haben bzw. sich die Angst in Mut verwandeln kann. Und so ist einfach mit Herz entstanden ein kleiner Herzweiser, der dann mitten in dieser Sehzeit erschienen ist und zwar im September 2021. Einfach mit Herz ist ein total verspieltes Buch. Es wurde illustriert von der Bestseller-Illustratorin Selin Geser. Also nicht nur das Cover, sondern das Buch selbst ist illustriert und es hat nach jedem Kapitel immer auch wieder Fragen, mit denen sich der Leser oder die Leserin beschäftigen kann. Es ist eigentlich eine Reise. Einfach mit Herz, nimm dich mit auf diese Reise zurück in deine Herzkraft. Und es geht darum, dass wir wieder einfach zurückfinden zu unserem Herz und aus unserem Herz heraus leben können. Ich würde jetzt kurz etwas zum Inhaltsverzeichnis sagen, damit ihr einen Eindruck bekommt, was euch so erwartet, wenn ihr einfach mit Herz lesen möchtet. Zum einen geht es darum, dass wir sie wieder hören, diese Herzensstimme. Und die, die hören wir eigentlich meist heutzutage nicht mehr, weil das Leben ist zu laut, zu hektisch und einfach zu unruhig geworden. Und wenn wir zurückfinden möchten in unser Herz, dann sind das nicht laute Strassen, die dahin führen, sondern stille Wege. Und genau darüber spricht einfach mit Herz. Es geht darum, dass wir wieder in diese Stille gehen und die Atmung kann uns auch helfen dabei, wenn wir unsere Herzensstimme hören möchten und unser Körper ebenfalls. Was sind überhaupt Herzenswünsche? Auch darüber spricht einfach mit Herz, weil es gibt Wünsche und Wünsche. Wofür schlägt eigentlich dein Herz? Auf dem Herzensweg gibt es verschiedene Eigenschaften und auch die sind in «Einfach mit Herz» im Buch erwähnt. Und das sind zum Beispiel die Eigenschaft des Mutes, Akzeptanz, Vergebung, Loslassen, Vertrauen, Selbstliebe. Du erfährst auch etwas über die enorme Kraft der Dankbarkeit, die Kraft der Gegenwart, des jetzigen Augenblicks, weil oft, das ist ja mit dem Verstand so, wir sind mit dem Verstand oft irgendwie in der Vergangenheit und grübeln nach oder in der Zukunft und machen uns Sorgen. Und wenn wir im Herzen sind, dann leben wir wirklich den jetzigen Moment, also die Kraft der Gegenwart. Die Kraft des Lachens, auch Humor ist ganz, ganz wichtig in unserem Leben, gerade in diesen Zeiten. Die Kraft des Glaubens und der Zuversicht, die Kraft der Träume. Dann erfährst du etwas zum Thema Geduld, auch ganz, ganz wichtig, gerade auch in diesen Zeiten, dass wir lernen, wieder geduldig zu sein. Hingabe ist auch ganz wichtig, das Thema Authentizität, sich selbst leben und seinem Herzen folgen und wirklich wieder sich selbst leben können. Weniger ist manchmal mehr. Die Kontrolle des Verstandes. Ein weiteres Kapitel ist dann natürlich die Spontanität des Herzens. Dann erfährst du etwas über, wie es ist, wenn du auf dem Holzweg bist, also zum Thema Angst und Zweifel. Ein grosses Thema, das kennst du bestimmt auch, der Norm entsprechen zu wollen. Und Lebenskrisen können immer auch eine Chance sein. Da habe ich beste Erfahrungen damit. Wenn du auf dem Herzweg bist, dann zeigt sich dann bald einmal auf deinem Weg, zeigen sich diese Synchronicitäten, also diese Zufälle, die eigentlich keine Zufälle sind. Das Thema Freude, also Freude ist ein grosser Schlüssel, wenn du dem Herzen folgen möchtest. Und der Flow und die Kreativität. Es geht eigentlich darum, und deshalb habe ich, oder hat sich, muss ich fast sagen, einfach mit Herz geschrieben, dass wir einfach unser wahres Potenzial wieder entfalten können. Dass jeder von uns sein wahres Potenzial entfalten kann. Und das ist dann auch eigentlich der Weg in die Freiheit. Und wenn du zurückgefunden hast in deine eigene Herzkraft, dann wirst du plötzlich auf einmal wie ein Leuchtturm für andere Menschen, die auf dem Weg sind, zurück in ihre Herzkraft. Nun lese ich dir abschliessend noch ein aus einem Kapitel, eine Textstelle vor. Und zwar geht es eben genau darum, dass wir ja, also dass unser Verstand uns ja manchmal, das Herz hat einen Herzenswunsch und der Verstand sagt dann ja, nein, aber was denken da die Leute und das kannst du doch nicht tun? Und so weiter und so fort. Und da schreibe ich, manchmal schlägt dein Herz für etwas, das aus der Perspektive des Verstandes oder der Norm vielleicht auf den ersten Blick seltsam erscheint. Auch wenn es im ersten Moment Überwindung kosten mag, probiere deine Idee, die dich begeistert, mutig aus. Weil meistens bereuen wir Menschen im Leben nicht die Dinge, die wir getan haben, sondern vielmehr die Dinge, die wir aus Angst, Fehler zu machen oder aus anderen Gründen nicht getan haben. Sei mutig und lebe einfach. Einfach leben bedeutet, das Leben so zu leben, wie es sich zeigt. Versuche nicht, etwas in deinem Verstand zu konstruieren, von dem du meinst, so sollte das Leben sein, um dann zu versuchen, in alles hineinzupassen. Nur weil es die meisten noch so machen, gehe deinen eigenen Weg. Gehe in die Stille und finde heraus, wofür dein Herz wirklich schlägt. Dabei kann es dir helfen, dich hinzusetzen und aufzuschreiben, was dir schon immer Freude bereitet hat und du schon lange einmal machen wolltest. Und das ist ja das Schöne eigentlich, dass jeder von uns ist anders. Wir sind einzigartig und deshalb hat auch jeder von uns andere Herzenswünsche. Es geht mir eigentlich darum, in Einfach mit Herz, dass du herausfindest, wofür dein Herz schlägt. Das ist mein Wunsch für die Zuschauenden und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch alles Liebe. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit.